Das war Pett. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Parkhaus und Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar wagenlos werden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upcrash, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Ich bin Spike. Ich dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, das ist nicht derer Weg. Hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist es. Das ist es. Geht's, Mann. Ich spreche später. Oh, der hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150 Meter Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf, das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was, ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist der nicht toll? Uh, hab dich auch lieb. Hä, hä, hä. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja, erzähl mal wieso. Du hättest ihn sehen müssen, seine Kontrolle ist der Hammer! Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speed Racer hier. Echt, Mann, er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht. Es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Ich kenne den Bergstab. Yo! Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames. Du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Komm schon. Spike, wie gesagt, mir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist, was sie betrifft. Ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also... Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich seh dich vorne, dann gehen wir auf Tour.